so hallo und herzlich willkommen zurück ich habe jetzt dummerweise schon ein bisschen weiter gespielt und habe gedacht ich hätte aufgenommen habe ich aber gar nicht ich erzähle vielleicht jetzt mal was ich gemacht habe ich habe hier oben ein bisschen tabak und wein hingebaut apropos da wollte ich eigentlich auch noch tabak plantagen vervollständigen außerdem kaufe ich tabak nun ein und alkohol auch da sollte ich vielleicht auch mal einen weg hin bauen eins zwei so dann können wir den alkohol auch abholen genau so dann gibt es hier noch ein bisschen tabak gut was wir hier unten haben ist ich habe es jetzt geschafft alle meine kaufleute auf bürger abzugraden es tut mir echt leid dass ich das total verpeilt habe dass ich gar nicht aufgenommen habe ist mir jetzt eben erst aufgefallen keine ahnung warum ich habe ein neues schiff gebaut weil dieses neue schiff den auftrag kriegt hier weil ich festgestellt habe dass meine gewürze mir langsam ausgehen dass es gewürze holen soll was das nächste ist es dass es demnächst auch wahrscheinlich ist dass mir die lebensmittel ausgehen tabak sieht okay aus dabei kann ich eigentlich einkaufen einstellen kostet ja nur geld alkohol würde ich jetzt erstmal noch lassen das können wir dann später vielleicht mal schauen tabak würden wir beobachten ihr seht schon hier wieder lebensmittel nahrung das geht schon wieder ein bisschen zur neige kakao ist auch so also es zieht sich gerade alles so ein bisschen durch so was wir hier unten noch machen wollen ist natürlich noch eine weitere gewürzfarm unerbittlich brennt die sonne auf eure felder der boden trocknet aus juhu das darf er hier das ist mir schnubbel der bringt gewürze nach hause das ist auch gut so und was ich jetzt vielleicht mal anfangen würde also sie dürfen eigentlich meines meine meine dinge kriegen aber sie haben ja nichts deswegen kann man theoretisch mal speichern und mal schauen ob wir jetzt mit einer schneiderei alle unsere probleme lösen also mit alle unsere probleme meine ich nicht alle unsere probleme sondern meine ich den auftrag lösen wie gesagt also ich meine das würden dann ja immer mehr kaufleute werden die 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 aristokraten alle die Lauren gut Bad mit Reid mich er aquela bisschen werde ich jetzt eigentlich schon relativ lange aufgenommen habe und dabei einiges gewuppt habe und aber auch einige probleme zutage gefördert habe und ich davon jetzt natürlich keine aufnahme habe das ist jetzt finde ich ein bisschen nicht so schön ich hätte euch da eigentlich schon gern mitgenommen und so aber nur gut so ist es jetzt halt da müssen wir durch dann schauen wir mal wie jetzt hier die lage ausschaut gewürze sieht jetzt glaube ich wesentlich besser aus kakao ist immer noch so lebensmittel grenzwertig so kaufleute alles gut und wir haben die ersten aristokraten ich sehe sie noch nicht aber die anzahl der kaufleute ist runtergegangen wenn sie jemand zieht dann bitte laut schreien seht ihr die anzahl der kaufleute ich hatte 1650 kaufleute kaufleute vielleicht schaffen wir es durchzuhalten bis wir genug aristokraten haben und die karte auflösen dann wäre es mir ja eigentlich pups da ist ein aristokrat so die wollen gerade gar nichts da sind die nächsten aristokraten ausgezeichnet so dann schauen wir mal ob wir das bald hinkriegen was du eigentlich hier auch noch mitbringen kannst ist weil wir es gerade brauchen nicht du du ist steine du 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 So, ich glaube, ich muss das mit der Kleidung nochmal nochmal einen Schneider bauen. Es kann halt sein, dass uns dann die Stoffe ausgehen. Das ist gut möglich. Aber noch sehen die Stoffe eigentlich gut bei uns aus. Wie gesagt, alles, was ich jetzt möchte, ist eigentlich diesen Zustand überleben. Ich möchte eigentlich nur die Mission schaffen. Experiment. So, sagen wir hier speichern. ... ... ... ... ... Okay, wenn ihr das unbedingt wollt. Hier, bitte. So. ... ... ich muss noch mehr kakao anbauen und das hier ist halt leider die einzige kakao insel das heißt ich muss da wirklich baumwolle wegwerfen für vielleicht muss ich auch die die anordnung ein bisschen überarbeiten weil die ist ja jetzt auch nicht unbedingt die optimalste wie man hier zum beispiel sieht so dann werde es ja vielleicht mal so genau dann will ich den da mal wegschmeißen und dann würde ich hier vielleicht mal kakao sagen so und dann würde ich immer sagen kakao so müsste das sein das heißt ich brauche hier noch mal zwei kakao zack und kannst du da mal machen und ach ja die straße sollte ich vielleicht ein bisschen weg bauen und dann da auch wieder kakao hin bauen und dann sollte ich den da vielleicht auch weg machen so wunderbar haben wir das auch erledigt dann würde ich ganz gerne mal noch mal da oben hingehen äh zu meiner stadt hingehen die kaufleute die bauen gerade massiv ab muss ich sagen okay also wir kaufen lebensmittel ein dann 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 Ich brauche hier nur 1300 Aristokraten. Das wird mir schon reichen. Mehr möchte ich gerade gar nicht. Ach, und Steine können wir eigentlich auch einkaufen, weil ich die gerade am meisten brauche. Aber nur bis 50 Tonnen. Oh, von minus 60. Na, so. So, kann ich noch irgendwas machen, um zu versuchen, das Chaos zu retten, das mich gerade umgibt? So, dann schauen wir mal hier oben, wie es mit dem Alkohol aussieht, okay, Alkohol ist super, das heißt, ich kann den Einkauf von Alkohol auch einstellen, Einkauf, Alkohol, Tonne, Eisen ist eh egal, das verkauft mir keiner, Ziegel, so, 560. Und wir haben bald die 2000er Marke überschritten. Oh, 1997. 1997. Da, 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 da. Das ist doch wunderbar. Kann ich jetzt noch mehr Sachen bauen, noch mehr lustige? Ne, die kommen ja später, ne? Hab ich nicht irgendwo anders noch ne Ziegelwerkstatt? Die ich nicht betreibe.